Ich zeige euch in meinem heutigen Video alles, was ihr zu Linux auf dem Chromebook wissen müsst. Wie ihr ja wisst, ist einer der vielen Vorteile von Chromebooks, dass ihr ein komplettes Linux-Debian-Betriebssystem in einer sicheren Sandbox auf eurem Chromebook laufen lassen könnt. Das bedeutet, dass ihr unzählige Linux-Programme nahtlos in Chrome OS nutzen könnt, euer Chrome OS-System aber geschützt ist, falls euer Linux-System durch Schadsoftware kompromittiert wird. Chromebooks vereint also die Sicherheit von Chrome OS mit der flexiblen Nutzbarkeit von Linux-Anwendungen. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr Linux auf eurem Chromebook installieren und optimal nutzen könnt. Dabei werden wir uns auch ansehen, wie ihr eine Vielzahl top aktueller Linux-Programme auf eurem Chromebook installieren könnt. Schaut dieses Video also unbedingt komplett bis zum Ende, damit du keine Info rund um Linux auf dem Chromebook verpasst. Um Linux zu installieren, klickt ihr zunächst rechts unten in das Systemmenü und öffnet die Einstellungen. Auf der linken Seite geht ihr auf über Chrome OS und seht unten den Bereich Entwickler mit der Linux-Entwicklungsumgebung. Hier klickt ihr nun auf Einrichten. Übrigens, falls ihr das neue und deutlich übersichtlichere Menü von Chrome OS noch nicht habt, öffnet zuvor den Chrome-Browser und geht über Chrome-Doppelpunkt-Slash-Slash-Flags in die Chrome-Flags und aktiviert die Flag OS-Settings-Revamp-Wayfinding und startet anschließend euer Chromebook neu, um das neue Menü auch bei euch zu aktivieren. Nachdem ihr bei der Linux-Entwicklungsumgebung auf Einrichten geklickt habt, öffnet sich das Fenster zur Installation von Linux. Hier bekommt ihr einen Hinweis, dass 450 MB an Daten heruntergeladen werden. Bestätigt dies mit Weiter, wählt einen Nutzernamen und legt die Laufwerkgröße fest. Ihr könnt mit den empfohlenen 10 GB starten. Wenn ihr jedoch eine Reihe von Programmen und Spielen nutzen wollt, gibt Linux deutlich mehr Speicherplatz. Klickt anschließend auf Installieren. Für die intensive Nutzung von Linux empfehle ich einen Chromebook Plus mit mindestens 128 GB internen Speicher, besser noch einer 256 GB großen SSD. Als CPU sollte eine leistungsstarke x86 CPU von Intel oder AMD mit an Bord sein, also beispielsweise eine Intel Core i3, AMD Ryzen 3 oder besser noch eine Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5. Nach der Installation öffnet sich das Linux-Terminal. Legt zunächst das Root-Passwort für euer Linux fest mit dem Befehl sudo passwd root. Gebt euer gewünschtes Passwort ein, bestätigt es und Linux bestätigt euch dies mit Password updated successfully. Wundert euch dabei nicht, dass die Eingabe eurer Zeichen von Linux nicht angezeigt wird. Ihr könnt euer Linux-Terminal mit dem Befehl clear jederzeit leeren. Aktualisiert dann eure Programmbibliothek mit den Befehlen sudo apt update und sudo apt upgrade. Achtet darauf, dass ihr in vielen Fällen eure Befehle mit y für yes und enter bestätigen müsst. Schaut euch gerne im Anschluss mein ausführliches Linux-Tutorial an, in dem ich euch über eine Vielzahl von Befehlen und Hintergrundinformationen von Linux aufgeklärt habe. An dieser Stelle gebe ich euch aber auch in diesem Video ein paar grundlegende Linux-Befehle mit an die Hand. PWD zeigt den aktuellen Ordnerpfad an, in dem ihr euch befindet. LS listet die Inhalte des aktuellen Verzeichnisses auf. LS-LH zeigt detaillierte Informationen der Inhalte an. Mit CD wechselt ihr in ein anderes Verzeichnis. Mit MAN öffnet ihr das Handbuch für einen Befehl. DF-LH zeigt den verfügbaren und belegten Speicherplatz an. Und mit EXIT könnt ihr das Terminal jederzeit schließen. Über das Terminal-Logo und Klick auf Pinguin kommt ihr übrigens immer wieder zurück in euer Linux-Terminal. In den Terminal-Einstellungen könnt ihr die Optik- und Steuerungsmöglichkeiten eures Linux-Terminals jederzeit anpassen. Geht ihr in die Entwickler-Einstellungen, könnt ihr verschiedene Systemeinstellungen und Freigaben für euer Linux-System anpassen. Wichtig könnte beispielsweise die Port-Weiterleitung für euch sein. Auch die Laufwerksgröße könnt ihr im Nachgang anpassen. Ihr könnt Linux-Zugriff auf euer Mikrofon geben und die Linux-Umgebung natürlich auch wieder von eurem Chromebook löschen. Kommen wir jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, den ihr direkt zu Beginn machen solltet, wenn ihr Linux installiert, damit auch die Linux-Programme alle in der richtigen Sprache installiert werden. Wir stellen die Sprache von Linux von Englisch auf Deutsch um. Dafür geben wir zunächst diesen Befehl ein, um alle Sprachen zu installieren. Anschließend installieren wir Deutsch durch zwei weitere Befehle. Ihr findet diese Befehle und viele weitere auf meiner Webseite, so geht Chromebook.de, zum Rauskopieren. Beachtet, dass ihr im Linux-Terminal Steuerung, Umschalt und V drücken müsst, um kopierte Inhalte aus eurer Zwischenablage einzufügen. Solltet ihr die Texte von diesem Video abtippen, achtet unbedingt auf die exakte Schreibweise, also auch der Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, da Linux die Befehle ansonsten nicht akzeptiert. Startet nun das Terminal neu, indem ihr mit rechts auf das Terminal klickt und Linux herunterfahren auswählt. Klickt ihr nun wieder auf den Pinguin, startet euer Linux-System neu. Um Programme zu installieren und zu verwalten, könnt ihr einfach sudo apt install und den entsprechenden Paketnamen bzw. Programmnamen eingeben. LibreOffice könnt ihr beispielsweise installieren, indem ihr sudo apt install LibreOffice eingebt. Hier sehen wir jedoch, dass die Version in der normalen Linux-Bibliothek die englische ist. Möchtet ihr LibreOffice wieder deinstallieren, gebt ihr sudo apt remove LibreOffice ein. Ein sehr gutes Tool, mit dem ihr eine Vielzahl aktueller und besserer Versionen von Linux-Programmen einfach installieren und auf dem neuesten Stand halten könnt, ist Flathub. Um Flathub zu nutzen, müssen wir zunächst Flatpack installieren und dann Flathub als Repository hinzufügen. Dafür gebt ihr nacheinander die folgenden beiden Kommandos ein. Anschließend könnt ihr eine Vielzahl an Programme über Flathub installieren. Möchtet ihr beispielsweise LibreOffice über Flathub installieren, gebt einfach den folgenden Befehl ein. Hier sehen wir nun auch, dass nicht nur die aktuelle Version 24.2 von LibreOffice installiert wurde, sondern auch die deutsche Version verfügbar ist, die für die meisten Nutzer deutlich zugänglicher sein sollte. Um Flathub-Programme wieder zu deinstallieren, könnt ihr einfach sudo flatpack uninstall und den entsprechenden Paketnamen eingeben, in diesem Fall LibreOffice. Ihr könnt mit Hilfe von Flathub noch viele weitere Programme und Spiele installieren. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Überblick über einige spannende Programme, die ihr euch einmal ansehen solltet. Kodi ist eine kostenlose Open-Source-Media-Center-Software, die sich ideal zum Stream von Medieninhalten, passend natürlich zur Europameisterschaft, eignet. Thunderbird ist ein beliebter E-Mail-Client von Mozilla, der durch seine Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit besticht. Thunderbird unterstützt mehrere E-Mail-Konten und bietet leistungsstarkes Spam-Filter. Calibre ist ein umfassendes E-Book-Management-Tool, das es einfach macht, E-Books zu organisieren, zu konvertieren und auf verschiedenen Geräten zu lesen. OrderCity ist eine beliebte Open-Source-Software zur Aufnahme und Bearbeitung von Audio-Dateien. OrderCity bietet dabei eine Vielzahl von Funktionen und Effekten zur Bearbeitung von Audio. Blender ist eine leistungsstarke Open-Source-Software für 3D-Modellierung, Animation und Rendering. Es wird sowohl von Profis als auch Hobby-Nutzern gleichermaßen genutzt, um beeindruckende 3D-Grafiken und Animationen zu erstellen. GIMP ist ein leistungsfähiges Open-Source-Bildbearbeitungsprogramm, das sich hervorragend für die Erstellung und Bearbeitung von Grafiken eignet. OBS Studio ist eine beliebte Open-Source-Software für Videoaufnahmen und Livestreaming. Es ist besonders bei Gamern und Content-Erstellern aufgrund seiner Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit beliebt. VLC ist ein vielseitiger Media Player, der nahezu jedes Audio- und Videoformat abspielen kann und ihr dadurch beispielsweise CDs oder DVDs indirekt am Chromebook nutzen könnt. Wine ermöglicht es, Windows-Programme unter Linux auszuführen. Es ist besonders nützlich, wenn ihr bestimmte Windows-Software verwenden müsst, die nicht unter Linux verfügbar ist. Krita ist eine kostenlose Open-Source-Software für Illustrationen. Sie wird vor allem von Künstlern aufgrund ihrer leistungsstarken Werkzeuge und Benutzerfreundlichkeit geschätzt. Kdenlive ist ein umfassendes und benutzerfreundliches Open-Source-Videoschnittprogramm, das eine Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen und Effekten bietet. Außerdem könnt ihr die Minecraft-Java-Edition mithilfe von Flathub installieren. Minecraft ist eines der beliebtesten Spiele weltweit, das grenzenlose kreative Möglichkeiten bietet und mit der Java-Edition habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl von Mods und Community-Servern. Mit sudo-flatpack-list könnt ihr übrigens eine Liste aller installierten Flathub-Programme anzeigen. Es gibt aber noch unzählige weitere Linux-Programme, die ihr auf eurem Chromebook mithilfe von Flathub nutzen könnt. Einen kompletten Überblick findet ihr hierzu auf flathub.org. Die aus meiner Sicht wichtigsten Programme und Installationsbefehle habe ich euch auch auf meiner Website sogehtchromebook.de zusammengefasst. Wenn du wissen willst, wie du eine vollwertige Linux-Version von Steam auf deinem Chromebook installieren und unzählige Spiele spielen kannst, dann klicke jetzt auf das linke Video. Wenn du wissen willst, wie du zwei weitere Linux-Appstores mit vier Linux-Programmen auf deinem Chromebook installieren kannst, dann klicke jetzt auf das rechte Video und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss bis zum nächsten Video.